Hallo, hier ist der Martin von MoneyBankies, das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 25.06.2021 und ja, der Lodsch war es nicht geworden im DAX, anders als vermutet oder besprochen, hatte sich dann doch sehr entspannt gezeigt, hat ja alle Ruhe der Welt gehabt, so richtig ein Fisch hat auch nicht angebissen, das war ganz schön zähe Geschichte, wir hatten gestern so drüber gesprochen, dass ein Donnerstag gerne hin und her springt, hier unten vielleicht auch die 4.25 antippt, da sehe ich aber gerade, hat es das gar nicht gespeichert, hatten wir nicht den Trigger hochgezogen, klar hatten wir den Trigger hochgezogen, hat es meinen Chart nicht gespeichert, das war doch, wir haben es doch so gelassen hier, so haben wir gesagt und dann bis runter, genau, da setzen wir das erstmal wieder rein, wenn ich mir das jetzt so angucke, schaut das ein bisschen aus, wie als könnte er probieren, hier eine Welle runter, zweite Welle zu machen, dass er nochmal rüber geht über die 700, aber wir müssen auch dazu sagen, was haben wir gestern gesagt, wir haben gesagt, dass er gerne hin und her springt, dass er bestimmt hier oben rein macht, so in die 500, nee, was haben wir gesagt, 15, 5, 5, 70, 15, 5, 80, 15, 600, so den Bereich, dass er da bestimmt reinlaufen kann, sich dort auch deutlich wieder runterstoßen kann, oder eben, wenn er drüber geht, dass das dann bullig wird, ne, wenn er denn dann drüber geht, das hat er aber nicht gemacht, den ganzen Tag eigentlich damit verbracht, da einfach nur rumzuchillen halt, ne, und ist einfach nicht über die 600 drüber, also, da gab es mehrere Longsignals, das hat mich ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen, weil das Sentiment massiv negativ war, das heißt, eigentlich hätte er ein leichtes Spiel gehabt, sich oben bis zur 700 durchzudrücken, da hätte er nicht viele gehabt, die er hätte bedienen müssen, oder die er hätte füttern müssen, aber es hat den Ogmaster-Trip gehindert, halt, ne, von daher bin ich noch so ein bisschen, hab so geteilte Herzen, ne, von einer Seite bringt er schon eher die Technik nach oben in Stellung, hat aber übergeordnet halt nach wie vor diesen Keil in die Auflösung gebracht, er hat diesen Pullback gemacht auf Keil-Ausbruchs-Niveau und könnte halt die Keil-Auflösung fortsetzen, so, dafür muss er sich aber jetzt zum Freitag wieder einschwingen und unter die 4,70 eigentlich drunter schon, 4,25 auch drunter, unter die 5,10, unter die 5,50, Stück für Stück, eine Marke nach der anderen rausnehmen, dann hätte er Chancen, wenn der jetzt wieder bloß so stabil bleibt und wie das so ruhig, dann kriegen wir hier ein neues Hoch rein, also ein höheres Hoch als das, dann macht er hier so ein Schrub, 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 so einen schönen Bogen hier, dann geht er auf jeden Fall hier nochmal rein, die, was ist das, 6,70 bis 700, vielleicht sogar dann höher halt, ne, wenn er völlig übertreibt, dann zum Montag, wenn er sich hier hochlegt, könnte er dann sogar nochmal dranspringen, das wäre ein bisschen arg gekonnt, also das müsste er eigentlich schon am Freitag bringen, der wird sonst, kommt sonst so weit weg, aber sowas, also hier noch einmal einen Hoch drüber, dann könnte er nochmal probieren, zum Montag anzufallen, dann hätte er hier eine schöne Bewegung, es würde auch zeitlich sehr harmonisch passen, hier ist ja das letzte Hoch gewesen, also hier runter, hätte dann hier dreiteilig sich hochgeschoben, und dann könnte er von hier nochmal probieren, wegzudrehen, aber es ist schon so, wir reden hier auf einem relativ hohen Niveau noch, ne, der DAX schiebt nicht viele Punkte unserer Malte hoch, das heißt, heute hat das bei mir schon im Chat jemand schön geschrieben, also das ist eigentlich sehr treffend, auch für mich, weil ich sehe den Keilausbruch nach unten, ne, derjenige hat geschrieben, die Tageskerze ist grün, die Wochenkerze ist grün, die Monatskerze ist grün, ja, und das ist vollkommen richtig, das heißt, der DAX hat schon eine gewisse Grundwahrscheinlichkeit, auch einfach seine Bewegung nach oben fortzusetzen, ja, und deswegen würde ich schon eher sagen, oberhalb von 600 halt einfach, kurzfristig da, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eher eine Long-Chance, der hat jetzt seine Möglichkeiten gehabt, unten abzuhauen, das hat er nicht so richtig genutzt, also entweder kriegt er sich wirklich zum Freitag direkt nach unten raus, so ähnlich wie wir das zum Mittwoch gesehen haben, ohne Aufwärtskipp aber, das wäre, na gut, es würde ein paar Stops rausreißen, aber, weiß ich, eigentlich müsste er, ja, der hat hier einen steigenden 3 gebaut, hier im kleinen Bild, das müsste er eigentlich direkt nach unten brechen, wenn er jetzt nach oben bricht, glaube ich, kriegen zu viele Käufer Bock und kaufen hoch halt, ne, dann kaufen die dann da gegen die 6,70 und 700 ran, deswegen würde ich denken, er müsste das Dreieck jetzt nach unten auflösen und dann Stück für Stück, Mark für Mark rausnehmen, ne, 5,50 rausnehmen, 5,10 rausnehmen, dann hier in dem Bereich um 4,70, 4,25, Stück für Stück, einfach sich runterlegen, ne, macht er das, legt sich hier nochmal ran, das würde reichen, wenn er zum Freitag hier liegen bleibt, dann hätte er auch gute Chancen, den, den Trigger zum Montag heranzuspielen, so um die Sache anzuspielen, aber das fehlen gerade das Signal halt, ne, also das ist ja wirklich eher mehr, äh, warten bis man was anbeißt, das ist, das war nicht viel halt, ne, also der ist ja nicht unten raus, der ist nicht oben raus, der ist genau in, in, in Begrenzungsbereiche reingelaufen, in die 5,80, 600, die wir benannt haben, hm, ja, was will sie damit nun machen halt, ne, ähm, was ich, was ich sehe ist, dass er sehr flach aufgedreht hat, ne, also die Abwärtsbewegung hatte mehr Dynamik wie die Aufwärts, das könnte dafür deuten, dass er durchs nach unten startet, aber ich will das sehen, wenn der nicht nach unten startet zum Freitag, pff, mache ich mir nicht viel Hoffnung, dass der dann auch kommt dann, weiß nicht, ja, also auch wenn man, was war denn das letzte Woche Freitag, das war Freitag, ne, wie ist denn der, der ist auch mit Abwärtsgep reingekommen, der hat auch schönes Aufwärtsmuster stehen gehabt, ist am Donnerstag hochgeschoben, ganz flach, ganz still, Freitag Abwärtsgep, kurz nach oben gezuckt und ab die Luzi, also so, so in die Richtung müsste es kommen halt, ne, wahrscheinlich Abwärtsgep, so müsste es bringen, das glaube ich nicht, dass das wird, wenn er, wenn er da über der 600 rumtonnt, ich glaube, die drücken den einfach zu sehr, dann gegen die 670, gegen die 700, jo, und dann könnt ihr hier oben nochmal einen Hochbilden, wahrscheinlich dann dort einen Tagesschluss reingehen und dann sich zum Montag die nächste Keule abholen, aber ja, also grundsätzlich haben wir einen Ausbruch im, 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 im Keil, sind aber wirklich noch auf einem sehr hohen Niveau, haben die Abwärtsdynamik deutlich rausgenommen, schwierig, ja, ist nicht ganz so, ganz so easy, hab jetzt hier auch zum, zum Donnerstag nichts gemacht, für mich, das ist für mich kein Signal halt, ne, das ist, das ist für mich so ein bisschen, weiß nicht, was er probiert, haben das gestern schon mal so angedeutet, ne, dass es sich sehr viel Mühe gibt, die Shorts abzuhalten, für mich sieht das so ein bisschen aus, also wenn er jetzt zum, wenn er jetzt zum Freitag, wirklich nach unten anzieht, das würde, das würde gut reinpassen, aber, Tageskerze grün, Wochenkerze, muss man, muss man auch so ehrlich sein, ob ich, ich persönlich möchte mich eigentlich in dem Bereich, würde ich mich am liebsten, keine Analyse machen, einfach warten, warten, bis er das Signal gibt halt, ne, aber ich weiß, viele von euch, die wollen genau jetzt wissen, hoch oder runter, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ne, ich würde es wirklich davon abhängig machen, wie er reinkommt, mich hier auf die Marken ein bisschen fokussieren, so was haben wir schon öfter mal gesehen, das ist dann sowas geworden, zack, 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 hier raus, und dann nochmal einreißen, aber ich meine, hat auch schön hier angezogen, das, der Teil nur für sich, der sagt ganz klar, hier kommt eine Abwärtsbewegung, bis 4,25 am Freitag, ne, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ähm, wartet mal, so, ja, also wenn ich das hier nur für sich sehe, dann haben wir hier ganz klar, Verkaufsüberhang, ja, hier auf Höhe des 61 Retracements, etwa, wie mal da oben, wurde der verkauft, ne, die, die Käufer haben nicht weiter zugegriffen, die Verkäufer haben abgestoßen, und das würde eigentlich bedeuten, dass jetzt hier noch so eine kommt, das, so an sich, das hier, das hier, ist genau das andere, andersrum, ne, der, die Käufer haben sehr, sehr starkes Momentum gehabt, und rund dazu trötelt es sich einfach ein Ast ab, was bedeuten kann, dass eben hier auch noch so eine Bewegung kommt, die kommt dann meist, meist ein bisschen flacher, aber es würde dann so laufen, und das, das spielt das eine gegen das andere, deswegen, ich brauche den über 600, damit er sich nach oben impulsiert, oder halt wieder mal ein bisschen Action auf der Unterseite, weil, der ist jetzt immer mit Dynamik runtergekommen, zum, zum, zum Freitag runtergekommen, der ist zum Mittwoch mit Dynamik runtergekommen, das heißt, er braucht diese Dynamik um runterzukommen, wenn die nicht kommt, wenn wir die nicht sehen, dann ist eigentlich schon fast eher ein Long, kommt die aber, sehen wir die, ähm, dann Richtung 4,25 unten, ja, und, mehr kann ich hier einfach nicht rausnehmen, gerade aus der Situation, so, wir können auch kurz in den Tagesschart gucken, sehen, aber auch hier ein deutliches, ähm, Gegensprengen, gegen die rote Kerze, gegen die rote Dynamik, wie wir es auch schon Anfang der Woche hatten, am Montag, also die Woche gibt es sich wirklich sehr, sehr sehr viel Mühe, alles was nach unten kommt, immer wieder ein bisschen, zu relativieren, rauszunehmen, und, ähm, man muss auch sagen, er ist hier noch vollkommen intakt im Aufwärtstrend, das ist noch alles, der ist noch, der ist sogar noch über der Triggerlinie, über der Longtriggerlinie, da, nach oben sind die Möglichkeiten da, ja, das heißt, oberhalb von 600, wir lassen den da mal noch ein bisschen arbeiten, na, das ist, ähm, der Trend ist noch aufwärtsgerichtet, ja, auch wenn es für mich eine Scheiterezone ist, also, wo man wirklich, wo er sich wirklich wegdrehen kann, aber, das, wir brauchen den erst hier drunter, und wenn er dann einmal losrennt, wenn er dann auch mal hier drunter ist, dann wird es wieder einfacher halt, ne, in der Bewegung rein, die, die meisten, für die meisten wird es nicht einfacher zu traden, weil sie genau dann Probleme kriegen, ne, die meisten, die haben hier eher mehr Vorteil, wenn er immer wieder zurückkommt, immer wieder hin und her läuft, ja, gerade die, die ohne Stop-Loss handeln, für die ist das gut, die kommen immer wieder aus ihrer Position raus, in dem Moment, wo er aus sowas rausfällt, da knallen die Depots um an die Wand, immer wieder, es gibt Leute, die können seitwärts fassen, überhaupt nicht, ne, aber das richtig große Geld verlieren die Leute immer in schnellen Trendbewegungen, und sowas kommt, wenn ein Band aufreißt, das heißt, wenn er hier unten rausgeht, auf Tagessicht unter 4,60, dann hat der Platz, sich auszutoben, ne, im Zweifel sogar bis hier auf die Horst drauf halt, ne, und von daher, ähm, da wird es dann wieder einfacher, ne, da wird es dann auch wieder eindeutiger, jetzt ist es, es ist so ein bisschen, er versucht es nach unten, kriegt es aber nicht richtig hin, dann versuchen wir es wieder nach oben, kriegen es auch nicht hin, und es ist halt einfach hier gerade ein bisschen Entscheidungszone, ha, ähm, die muss man ehrlicherweise sagen, aus der Perspektive hier eher noch einen Vorteil nach oben sogar hat, weil, äh, ja schon der erste Versuch unten raus aus dem Band gescheitert ist, ganz klar gescheitert ist zum Montag, ja, gut, ich mache jetzt hier zu, wir gedulden uns einfach, schauen uns den Freitag ein bisschen an, gucken wie der mal reinkommt, sehen wir Dynamik, dann wissen wir wie wir das zu deuten haben, sehen wir sie nicht, dann freunden wir uns halt mit einer 6,70, 700 und vielleicht auch ein bisschen höher an, ist dann halt so, können wir auch nicht ändern, und dann sind wir zum Montag ein bisschen schlauer, insofern wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ähm, ja, bis dahin, bis Sonntag, tschöööö, Vielen Dank.